Wie sieht man auf Snapchat, ob jemand online ist? Einige Benutzer möchten möglicherweise mit ihren Freunden chatten und sicherstellen, dass sie online sind oder nicht, damit sie einfacher mit ihnen kommunizieren können. Es kommt auch manchmal vor, dass der Benutzer eine Nachricht an Personen oder eine Person sendet und sicherstellen möchte, dass die Nachricht ihn erreicht hat oder nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, und ich werde Ihnen den einfachsten Weg in diesem Video erklären. Rufen Sie dazu die Snapchat-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie unten auf die Option Chats oder Konversation. Hier habe ich, wie Sie sehen können, Nachrichten an zwei Personen gesendet. Achte auf die Zeichen, die ich dir zeige. Hier habe ich ein Gespräch mit dieser Person begonnen und diese Person hat meine Nachricht gesehen. Hier hat diese Person meine Nachricht noch nicht erhalten und dieses Dreieck ist blau. Wenn Sie also ein Gespräch mit jemandem beginnen, sieht es so aus, und wenn jemand ihre Nachricht noch nicht erhalten hat, sieht es so aus. Dies bedeutet, dass diese Person noch nicht online ist und ihre Nachricht nicht erhalten hat. Und wenn diese Person online geht und nur ihre Nachricht sieht und nicht antwortet, wird dieses Dreieck zu einer leeren weißen Farbe und wird nicht mehr so sein. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.